Der ist nicht ganz normal, dass ich das Gefühl hatte, ich arbeite als Menschenverderber. Ich habe mir oft überlegt, steig doch einfach aus, aber nicht wusste, wie ich es machen soll. Ja, einfach so, Zeit und Raum. Ökologie und Intelligent. Das löst immer so ein Gener aus. Keine negativen Aspekte des Alten. Wir können überhaupt ein eigenes Bild von einer zukunftsfähigen Gesellschaft in sich zu formen. Und du siehst nicht diese tausenden von anderen Mosaiksteinchen, die haben gesagt, diese Zeit braucht menschliche Pfeile in die Zukunft, die das Gute vorantragen.